Wie wir mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning Prozesse und Produkte revolutionieren. Mein Name ist Mirko Rossi und ich bin Data Scientist in Bern und in Zürich. Ein Data Scientist forscht gerne nach Muster und Wissen in den Daten. Ich bringe die neuen Ansätze von künstlicher Intelligenz und Machine Learning in die Mobiliar. Unser Ziel ist die Mobiliar Data Addictive zu machen. Das heisst für die Mobiliar weg von intuitiven Entscheidungen hin zu datengestützten Entscheidungen. Die Experten erhalten die Informationen, die sie brauchen, ohne dass sie selber zeitaufwendig recherchieren müssen. Das intelligente System gibt ihnen die Informationen automatisch. Die Vision ist, dass ein Kunde ein Bild vom Autoschaden per Smartphone schicken kann und mir mittels Deep Learning Informationen aus dem Schadenbild automatisch erkennen. Vom Kunde online verfasste Schadensbeschreibungen sollen mittels Natural Language Processing automatisch analysiert werden und so wichtige Informationen wie zum Beispiel der Schadetipp extrahiert werden. Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team, bestehend aus dem Gebiet Business, IT und Data Science. Nach einem agilen Vorgehen erarbeiten wir zyklisch die Lösungen zusammen. Wir arbeiten mit Python oder R, nutzen state-of-the-art Data Science Libraries und verwendet Deep Learning Frameworks für Natural Language Processing und Bilderkennung, wie zum Beispiel TensorFlow. Besonders Spass macht mir, eine Data Science Infrastruktur mit unserer IT zusammen aufzubauen und für das ganze Unternehmen data-analytisch zu arbeiten. Ganz allgemein wird persönliche Entwicklung bei der Mobiliar grossgeschrieben. Sogar eine Weiterbildung im Silicon Valley wird uns von der Mobiliar ermöglicht. Was mich jeden Tag inspiriert, dass Mobiliar durch ihre offene Haltung, ihre flexible und agile Umgebung und Datenvielfalt eine grosse Spielweise für uns in der Tazentiste bietet. Was mich jeden Tag macht mir, was mich jeden Tag macht mir, Vielen Dank.